Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream der St.Gallen Karriere. Ja, nachdem wir gestern relativ gut, um nicht zu sagen sehr gut, durch einen Großteil der ersten Vesorhälfte gekommen sind, wollen wir da heute anschließen und so erfolgreich weitermachen. Ich denke, wir werden heute nicht ganz so viel schaffen wie gestern, auch dadurch bedingt, dass im Januar halt wieder Transferphase ist. Vielleicht kriegen wir da ein paar Angebote, verkaufen ein, zwei Spieler. Müssen wir mal gucken. Was ich gerade schon mal geguckt habe, sind die Verträge, die auslaufen. Das sind relativ viele Spieler. Da sind aber nur drei oder vier Stück dabei, bei denen ich sage, die können wir in Zukunft auch noch brauchen. Also der Großteil davon tut mir jetzt nicht weh, wenn die Verträge auslaufen. Die, worüber man diskutieren kann, sind Armin Abbas, Leandro Perlaska, André Zimmermann, Jannis Lethar, müssen wir mal gucken, hat bis jetzt nicht so gute Leistungen abgeliefert in den paar Spielen, die er gemacht hat. Deswegen eher unwahrscheinlich, dass wir den verlängern. Quintilla und Muheim sind Stammspieler, die haben ja eine Klausel, beide im Vertrag, dass nach 20 Ligaspielen sich der Vertrag automatisch verlängert. Das sollten wir hinkriegen, dass wir die soweit kriegen. Ja, die Leihspieler gehen halt alle am Ende der Saison. Da ist der Rasuba, wäre definitiv eine Option, dass wir den behalten. Und Junior Adamu wäre auch eine Möglichkeit. Da aber eher über das Verlängern der Leih. Der Rasuba wäre halt über die Kaufoption. Ja, müssen wir halt mal gucken. Ich verlängere die Verträge von den drei Talenten jetzt mal. Oder ich gucke zumindest mal, wie viel Geld sie wollen, weil eigentlich überziehen wir unser Gehaltsbudget ja schon um eine halbe Million pro Jahr. Und das will ich eigentlich nicht weiter ausreizen. Andererseits will ich die Spieler jetzt auch nicht verlieren. Deswegen, ich gehe einfach mal hin und verlängern die Verträge im schlimmsten Fall. Können wir sie immer noch wieder verkaufen. Was langfristig sowieso der Fall sein wird. Die sind nicht gut genug, um uns auch in vier, fünf Jahren noch zu helfen. Falls wir soweit kommen in der Karriere. Das dürfte das Gehaltsbudget insgesamt nicht allzu sehr belasten. Dann sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir mal ein bisschen weiter simulieren können. Wir bilden die zweitmeisten Spieler in der Liga aus. Das ist gut. Gucken jetzt mal, wie es so weitergeht. Pressekonferenz. Ganz letztes Spiel gegen Zürich war im letzten Grundstand und endete 0-1. Was für Chancen rechnen sie sich aus? Bin zufrieden damit, wie wir uns vorbereitet haben und daher bin ich zuversichtlich für das Spiel. Zürich hat 2-0 gegen Ibi gewonnen. Deswegen sind die jetzt mit 15 Punkten nach zwölf Spielen auf dem sechsten Platz. Kann die Elfte von Zürich am Samstag drei Punkte aus dem Kibun Park mitnehmen? Nein. Ohne Zürich nahe treten zu wollen. Unsere Chancen stehen sehr gut. Werden Spieler wie Gürtler vor solch einem anstrengenden, engen Spielplan geschont? Ich gebe keine Details zur Aufstellung bekannt vor dem Spiel. Was glauben Sie, wie wichtig war bei der aktuell guten Form der gute Teamgeister bei St. Gallenherr? Sehr wichtig. Kann die Niederlage der Moralen Knacks verpassen? Nein. Welchen Unterschied macht Thiago Cameta für Zürich? Zürich ist ein Außenverteidiger. Ist ein Rechtsverteidiger. Keine Ahnung. Ach, ist ein guter Spieler und hat es bis jetzt gezeigt, dass er das auch beweisen kann. Wie wichtig wird Victor Ruiz sein gegen Zürich? Ist ein guter Spieler, aber wir haben viele gute Spieler. Da hat sich in den letzten Spielen, ähm, blenden die mal alle wieder aus. Na ja, Gräuchy hat ja fantastisch gespielt bis jetzt in dieser Saison. Ariza hat sich in den letzten Spielen ein bisschen in den Fokus gespielt, mit guten Leistungen. Müssen wir mal gucken. Staubli hat gut trainiert. Ruiz, ja, hat auch gut trainiert, aber nicht ganz so gut wie Staubli. Deswegen, die Plätze sind schon relativ eng. Es ist schwer an Spielzeit zu kommen. Muss man ganz einfach sagen. Zürich kann uns nicht das Wasser reichen, aber eine Überraschung ist drin, wenn wir nicht vorsichtig sind. Gut, dass wir vorsichtig sind. So, Staubli wieder fantastisch trainiert. Fasli hat gut trainiert. Jakovic hat gut trainiert. Und Zigi. Sehr schön. Der wird uns auch, wenn er uns verlässt, wird der ein paar Millionen einbringen. Definitiv. Also, wenn den wer haben will, das wird nicht günstig. Oder was kann jetzt Deutsch? Okay, und dann... Kreuchi kommt wieder rein. Barbitz ist im Moment gut in Form, deswegen lassen wir ihn mal spielen. Der ist sowas gut in Form. Riesa ist besser in Form als Ruiz. Weil Ruiz ist halt das Problem, ja, der trainiert gut, ja, der ist technisch, ist der... Der ist ein wirklich guter Spieler. Er bringt es nur nicht auf den Platz. So, überhaupt nicht. Das ist das große Problem. Nuhu wird wieder spielen. Muhheim. Tiller und Görtler. Ach ja, Cabral war verletzt. Der wird wahrscheinlich erst nach der Winterpause wiederkommen. Und dann gehen wir mal auf ins Spiel. Wir sind der Favorit. Also raus mit euch. Liefert eine Leistung, die die Fenster einstachelt. Ich hab Vertrauen in euch. Bringt es bitte auf den Platz. Ich denke, sie die Initiative gegen einen Gegner zu ergreifen, der wie St. Gallen gewöhnlich Ballbesitz dominiert. Ich erwarte ein faszinierendes Duell. Wir sind schon im besten Sieg am Fall mit der besten Verteidigung. Ja. Die Leistung von den Jungs bin ich echt stolz. Zigi, ja. Naja, die Ballbesitzdominanz von uns. Das zeigt sich jetzt schon. Zigi hält den. Gut. Aber wir fordern mal ein bisschen mehr Arbeit von den Jungs. Finden sie zwar nicht so toll, aber... Wir sind immerhin Erster. Wir sind noch ungeschlagen. Wir haben erst zwei Spiele nicht gewonnen. Der Lauf muss weitergehen. Und Babic legt zurück auf Salifu. Kreuchy. Quintilla. Er probiert es mit dem langen Ball. Kommt nicht durch. Quintilla. Flanke auf Ariza. Der steckt durch auf Babic. Und der macht das Tor. Gut. Abgefälscht von Sobiech. Aber wir führen. Das ist doch schon mal ein guter Start. War definitiv nicht so beabsichtigt von Babic. Aber das ist uns egal. Hauptsache wir sind vorne. Und Kilifi mit der Ecke für Zürich. Nuo geht aber dazwischen. Ne. Mit der Flanke auf Sobiech ziehe die Werte ab. Nächste Ecke für Zürich. Und Quintilla köpft den raus. Ja, Salifu. Görtler kann mal einer. Ja, oder so. Okay, Ariza mit der Ecke. Bringt den rein. Kramer köpft den raus. Aber Salifu hat den Ball. Ariza. Quintilla. Der war auf der Linie. Muheim mit dem Einwurf auf Ariza. Muheim. Görtler mit dem langen Ball zum Seitenwechsel auf Kreuchy. Und der mit dem Fehlpass. Schettin ist durch auf rechts. Domjoni. Kilifi kommt frei zum Kopfball. Aber das könnte abseits gewesen sein. Haben wir da nochmal Glück? Ja. Tor zählt nicht. Abseits. Das war aber sehr knapp. Aber so knapp war es nicht. Die waren ja alle drei im Abseits. Oh, Muheim holt sich den Ball. Seitenwechsel auf Kreuchy. Der geht dann Schettin vorbei. Lückt raus auf Jakovic. Auf Quintilla. Zurück auf Nuhu. Quintilla. Nuhu. Quintilla. Ach. Jakovic. Komm bitte in den Zweikampf. Ah. Zumindest ein bisschen aufgehalten. Aber Cemaili kommt. Der muss ihn nur abprallen lassen. Und schon ist der Ball drin. Das war. Nicht gut verteidigt. Jakovic. Der zwar in den Zweikampf kommt. Aber. Stergi und Cemaili. Die Cemaili. Komplett freilassen. Das war zu einfach. Aber es ist verdient. Muss man leider sagen. Quintilla legt rüber auf Muheim. Auf Görtler. Salifu. Görtler. Und Kelifi. Über den läuft der Konter. Nuhu geht gut dazwischen. Zürich müsste vorne sein. Eindeutig. Das ist eine richtig schlechte Leistung von den Jungs in dem Spiel. Das muss ich den Jungs auch mal sagen. Auf Görtler. Kräuch hier auf außen. Legt zurück auf Salifu. Quintilla. Salifu. Wieder Quintilla mit dem langen Ball auf Arisa. Ah. War zu lang. Schade. Da hätte was draus werden können. Und Arisa mit der Ecke. Kräuchy kriegt den Ball nicht. Aber Jakovic. Auf Arisa. Kräuchy. Quintilla. Kräuchy. Probiert's. Bleibt dann nur mal Ragecheng. Und Schatin klärt. Jungs. Ich erwarte mehr Einsatz von euch. Also Nuhu und Stergio spielen wohl richtig gut. Kräuchy kam nicht dran. Nuhu. Auf Görtler. Jakovic. Der mit dem langen Ball. Kräuchy. An dem Pfosten. Ach. Schade. So. Murheim mit dem Einwurf. Auf Quintilla. Auf Arisa. Auf Murheim. Den Ball rein. Da war der Torwart dran. Okay. Jakovic flankt rein auf Arisa. Aber Torwart hält. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. wechseln wir direkt. Arisa nehmen wir runter, weil der müde ist. Murheim braucht kein sehr gutes Spiel. Kommt runter für Finzern. Ansonsten lassen wir die Jungs mal weiterspielen. Mittlerweile ist unsere Führung verdient. Uwe Salifu. Kommt leider nicht an. Jakovic. Lässt sich zu leicht überspielen. Und Quintiller, der den Elfmeter verursacht. Hoffentlich sagt der Videobeweis, dass wir außerhalb. Bitte Videobeweis. Kein Elfer. Nochmal Glück gehabt. Da haben wir nochmal Rück... Das ist aber richtig knapp. Das war ja richtig knapp. So, Jakovic mit dem Ball nach vorne auf Babic ohne Chance. So, Brecher. Wo führst du den Ball jetzt hin? Der geht weit. Aber Nuwo fängt den ab. Salifu auf Kreuchy. Der bringt den Ball auf Ruiz. Der bleibt bei Kameta hängen. Aber Kreuchy mit der Ecke. Geht auf den ersten Pfosten Richtung Ruiz. Aber der kam leider nicht ran. Kreuchy nochmal. Marquezano köpft den raus. Nochmal ein Versuch über Quintilla. Und Einwurf. Görtler. Bringt den Ball rein auf Babic, der im Abseits stand. Guten Tag, Nick. Görtler. Wehrt den Ball ab. Hallo, Ceri. Ah. Puh. Und wieder Abseits. Glück gehabt. So. Nochmal ein paar Wechsel, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Jakovic runter für Rona. Kreuchy runter für Adamu. Adamu. Und wir nehmen Görtler runter für Stillhardt. So. Quintilla köpft den raus. Sehr gut. Einfach nur drum. Kein Tor mehr kassieren. Zigi haut den raus. Adamu verliert das Kopf voll doll. Aber das ist der Sieg. Das ist ein guter Start in den Tag, würde ich mal sagen. Auch wenn es alles in allem kein gutes Spiel war. Sehen die Jungs ähnlich. Der Super machte das entscheidende Tor. Wie wird sich das für ihre Spiele auswirken? Ist immer schön, so zu gewinnen. Kann nur positiv sein. Achter Sieg in Folge. Aber mittlerweile drei Spiele in Folge gegen Tor. Da müssen wir wieder ein bisschen Stabilität reinbringen. Der Rassoubermann des Tages. Ja, verdient. Ja, ist ein großartiger Spieler. Ich freue mich für ihn. Wie sind Sie zu Ihrer taktischen Marschroute gekommen? Passt so und zu meiner Sicht auf den Fußball. Lukas Quiroga. Scout noch mal weiter. Dann gucken wir mal, wie es gegen die Young Boys weitergeht. Zur Sicherheit gönne ich den Jungs, die gespielt haben, mal eine Pause. Kriegt mal einen Tag trainingsfrei. Einfach damit wir mit allen Stammspielern antreten können. Es sollten zwei nahezu gleich starke Mannschaften sein. Okay. Abbas hat verlängert. Gut. Berlaska auch. Hoffen wir, dass die sich einigermaßen gut entwickeln. Damit wir die auch für ein, zwei Millionen irgendwann mal verkaufen können. Quoten sind mal für uns. Das ist erfreulich. Und Pressekonferenz vorm Spiel. Mannschaft war gegen Zürich gut drauf. Ja, schwierig. Schon von Spiel zu Spiel und wissen, dass wir uns weiterentwickeln können. Ist das Verhältnis zwischen Nino und Gerasio an? Ich kann mir da... Ja, das stimmt nicht. Betrachte den auch nicht als Freund. Ja, wir sprechen nicht oft miteinander. Ach komm. Sagen wir einfach mal, dass wir über alles miteinander reden können und das Vertrauen da ist. Äh, Miromor verfügt über eine Füße, die im Fußball selten ist. Wie sehr hilft das? Ich habe gerne Spieler wie ihn in meinem Kader. Hilfst du für die Zukunft? Taro Sawa kann den Unterschied gegen Ewe machen? Ja. Aber dafür müsste er erstmal in der Mannschaft stehen. Vielleicht lassen wir ja auch Gilmenoma wieder ran. Nicht viel Zeit zwischen dem Spiel gegen Ewe und Zürich. Ja, aber wir... Ich... Ich werde nicht drüber reden, ob wir da jetzt viel rotieren oder nicht. Ja, wir werden weiter offensiv spielen. Gucken wir mal. Bayer. Wir scouten den mal weiter. Was denn? Links hat er... Ja, vielleicht, falls wir Moeheim doch noch abgeben. Junior Sunday. Der kann eigentlich nicht viel aussehen, dass er schnell und aggressiv ist. Ja, der Junge ist erst 18, aber so viel Entwicklungspotenzial hat er auch nicht mehr. Matosi scouten wir Businovic und das... Oh, auslaufender Vertrag. Zielschreibigkeit ist schwierig. Geben wir mal ein Probetraining. Matia Novella. Auch der hat einen auslaufenden Vertrag. Scouten wir mal. Zazanedas. Den müssen wir nicht weiter scouten, aber den könnten wir vielleicht ablösefrei holen. Lukas Spina. Wie hat er aktuell schon gescoutet? Dion McGee. Ja, scouten wir mal. Schaden kann es ja nicht. Oh, Businovic kommt tatsächlich für eine Woche zum Probetraining. Müssen wir gucken, wie der sich jetzt im Probetraining weiter so macht und dann ist eine Möglichkeit, dass er zur nächsten Saison kommt als Ersatz für Letar. Aber das ist halt abhängig davon, wie sich Letar jetzt noch spielt bei den wenigen Einsätzen, die er kriegen wird. Oh, Verrug. Der hat halt eine super Zielstrebigkeit. Aber die Ballannahme fehlt und die Deckung, was für einen Außensverteidiger wichtig ist. Den müssen wir nicht weiter scouten. Chase Gaspar. Der hingegen wird weiter gescoutet. Keine Zielstrebigkeit. Keil. Duncan. Der ist sehr schnell. Rechtsverteidiger kann auch links. Scouten wir mal weiter. Vielleicht holen wir den. Wir lassen mal Damo spielen, damit wir die Geschwindigkeit wieder vorne drin haben. Da wird leider nichts mehr. Letar nehmen wir mal mit. Dann gehen wir mal so ins Spiel. Und jetzt beweist den Experten, dass sie euch zurecht mit Lorbeeren überschütten. Ja. Vertauer könnte Spieler des Jahres in der Liga werden. Er verdient es in der Verlosung zu sein. Der war grandios. Der positive Atmosphäre dem Verein zu diesem starken Lauf beigetragen. Ja. Was ist das bitte für eine Kamera ins Stadion? Da hat man ja mal gar nichts gesehen. Quintilla raus auf Muhheim. Kommt der an Maceras vorbei? Oh. Muhheim bleibt an Elia hängen. Einwurf. Ariza Göttler nochmal Jakovic auf Kreuchy zurück auf Jakovic Quintilla Salifu Kreuchy und weit daneben. Jakovic mit dem nächsten Einwurf. Mit der Flanke wird von Kamera abgeblockt. Quintilla legt raus auf Muhheim. Zurück auf Göttler Moheim Marisa Göttler versucht Quint Okay. Wer stand unbeteiligt im Abseits? Geht's? Okay. Adamo hat die Sicht behindert. Muss jetzt ja kann man aberkennen muss man aber nicht. Ariza mit dem langen Ball auf Adamo zurück auf Salifu raus auf Muhheim Göttler Quintilla Göttler Damo Salifu Adamo Ariza von Balmus hat möglicherweise keinen so guten Tag heute Göttler Ariza Muhheim Göttler Ariza müsste im Abseits gewesen sein Konter über Elia Offensa Damais Deggio dazwischen nochmal dazwischen drittes Mal Wo gibt's jetzt den Ach Adamo im Abseits Nee FIFA Ich Ich bin da ein bisschen raus Das letzte FIFA was ich aktiv gespielt hab war 17 Ich spiel da halt nur einen Karrieremodus und der ist zuberechenbar So rot für eBay Sehr gut Göttler Ja ich hab jetzt im letzten bei 21 hab ich ich hab mal ein bisschen reingeguckt über EA Play aber hat mich jetzt nicht begeistert Korb Karriere soll ja angeblich kommen das kann was werden aber bin ich noch nicht überzeugt von sind wir in EA fordern wir mehr von den Jungs gebitte dazwischen ja dass was gerade bei Blizzard abgeht das hätten sie sicher auch sparen können auch wenn ich da ehrlich gesagt nicht viel von mitbekommen hab weil naja ich Medien ist halt naja ich zocke ich folge ein paar Streamern das war's mehr beschäftige ich mich nicht mit den Medien so kriegt man halt ab und zu mal was mit aber das größte geht an einem vorbei aber das was bei Blizzard abging das ging ja überall durch bin ich mal gespannt wie es da jetzt weiter geht ob die sich davon nochmal erholen oder ja übersprungen zu BFA war ich ab und zu mal drin Shadowlands am Anfang mal ein bisschen aber das was mir bei WoW Spaß macht schönes Dorf und Quintilla ist eigentlich ja das Leveln durch Classic Gebiete danach packt's mich nicht mehr wirklich die Scherbenwelt habe ich jetzt einmal durch gequestet das war ganz angenehm aber danach ist die Luft bei mir irgendwie raus jetzt bringe den Ball rein oder auch nicht Kotilla Lisa Salifu Gräuchy Gräuchy Adamo mit dem Abschluss ich glaube ich habe mit Mob erst angefangen so richtig Zeit versenkt habe ich in Warlords of Draenor aber es ist halt WoW entweder ist es eine Erweiterung die dich packt oder es geht komplett an einem vorbei ich gucke ab und zu bei Craft in die Streams rein um storytechnisch auf dem Laufenden zu bleiben aber vielleicht packt mich das nächste Addon wieder mal gucken was dann da kommt nach Shadowlands 2-0 das Spiel ist durch das haben wir gewonnen Ringer gilt nur noch für Diarassuva und ansonsten können die Jungs durchspielen eigentlich ist da nur noch das warten dass Arthas wiederkommt in welcher Form auch immer aber Anschluss Anschlusstreffer Stellhaut raus auf Ruiz kommt schon Jungs einfach nur den Ball halten keinen Angriff an die Ebay mehr zulassen vielleicht selber noch mal eins schießen für die Sicherheit wenn auch nicht so okay zur Ecke abgewehrt weit drüber geköpft das wird's hoffentlich gewesen sein von dem Spiel okay ich hab da kein Foul gesehen find ich gut die Funktion zu Shadowlands ich hab mich da nicht viel mit beschäftigt ich hab die Einführungsquests zu Shadowlands gemacht also wir kommen am Schlund an questen uns durch und gehen ins erste Questgebiet aber das war als ich da reingeguckt hab ich fand's langweilig es hat mich einfach nicht gepackt weswegen ich dann auch nicht wirklich weiter gemacht hab die Beschätzungen und Selbstgefälligkeiten thema thema stadion bankdorf rampenlicht ja ibi hat zuhause verloren das ist jetzt die sind sechs da die müssen sich mal ein bisschen mehr anstrengen große winterpause jetzt neuer mannschaftsrekord ist in der liga so der rekord gcs rekordmeister meister spiel unter niederlage 28 vom fc zürich ok schaffen wir vielleicht in der saison 25 december frohe weihnachten die jungs müssen trotzdem trainieren ihr kriegt hier mal eine erholungswoche damit diese winterpause auch eine pause ist zumindest eine kleine treffe ich jetzt danke aber die trainingsnoten sind schön hoch das gefällt mir so können die jungs gerne die ganze zeit über weitermachen bis sie in rente gehen immer vollen einsatz im training zeigen ich war schon kurz verwirrt und dachte Gonzales hätte wieder mittrainiert der fällt nur zwei drei monate aus ok ja scout mal weiter evan rossier kann kopfbälle und weiß wie er sich ohne ball zu bewegen hat ja der kann gut werden haben wir schon voll gescoutet probetraining können wir vielleicht das potenzial komplett eingrenzen auf bei weiter eingrenzen können wir das nicht der junge ist 17 es wird nichts mit weiter eingrenzen für spiele fehlen quintiller acht noch falls irgendwer hingeht und quintiller einen vertrag anbietet zu einem ablösefreien wechsel werde ich hingehen und verhandeln ansonsten verlasse ich mich da auf die klausel bostinovics probetraining endet können wir mal gucken wie der sich geschlagen hat christian pastina ich glaube bei dem hatten wir für einen kauf mal angefragt den den müssen wir scouten und hat auch eine klausel drin so aktivieren dann ziehen wir die klausel mal dann bleibt noch ein jahr strübi ich weiß nicht mal wer das ist das müsste torwart nummer drei sein ja kovic ist die zwei und strübi ist irgendein anderer okay nur ein und quintiller haben die klausel drin lüchinger werden wir nicht verlängern verletzt ist er schon und die anderen sehe ich es nicht dass die bei uns den sprung noch packen und wann laufen die aus 30 sechster okay die jugendverträge laufen aus ist auch okay defensiv stärker links verteidiger den wir ablösefrei kriegen könnten der einen richtig guten eindruck macht machen wir immer ein vertragsangebot als stammspieler du kriegst keine jährliche gehaltssteigerung keine ausstiegsklausel kein anteil einer ablösesumme ansonsten die viertel millionen ist okay machen wir mal 255 das sehr gut wenn er kommt kann nur links egal ähm matthäus farias nein daniel marcos scouten wir mal weiter marcos man stroskio komplizierte namen können sie der könnte gut sein grigoris castanos der könnte richtig gut sein grenedge scouting wird angefangen ok ja los shop den werden wir uns nicht leisten können der wäre zwar ein richtig guter transfer egal für welche position im mittelfeld aber den können wir uns einfach nicht leisten und ganz davon ob das hat kein interesse hat zu uns zu kommen so marco brasinovic ja die kraft wird ein problem müssen wir uns nicht weiter beschäftigen vor allem nicht der letar jetzt noch mal eine saison bleibt ich sollte mal die maus wieder wechseln ist ja gerade nur die backup maus josh galloway der hat nichts bei uns verloren nesto scouting wir mal weiter ok ist nicht mehr in der eu klasse was ich für Ausländerregelung habe interessiert mich genau gar nicht der erste januar drei testspiele bevor es dann weiter geht am 18 öffnet transferfenster ok nach dem ersten spiel ne davor immer noch keine sehr einflussreichen spieler wer trainiert schlecht buber wird in den freundschaftsspielen wieder ein bisschen spielzeug kriegen müssen wir bei allen die spielpraxis wieder hoch kriegen so jetzt der sch labinot kabashi ne philip köhn nee äh wir müssten den doch noch hier drin haben sortieren wir mal noch potenzial müsste äh wie ist er amin esahel ist der ach grenzen wir mal ein auf 10er da der ist 19% erst gescoutet ich biete dem mal nochmal probetraining an ich würde den nämlich wenn es mit potenzial passt dann würde ich den schon gerne holen wurde abgelehnt oder abgelehnt das sollte man da vielleicht sollte man es einfach mal blind versuchen ich meine der würde umsonst kommen und der ist interessiert mit einem transfer zu uns zumindest sagen die scouts dass sie eine ablöse frei kriegen können ok macht der abgebende verein auch olipique leon malaga haben vorkaufsrecht was will er denn an geld haben 100.000 kriegen wir noch unter 100.000 verhandelt nein ok müssen wir es in ein zwei wochen nochmal probieren grundsätzlich ich würde den gerne haben der kann sich gut entwickeln und alleine aufgrund dessen dass der ablöse frei kommen könnte wäre das schon echt guter transfer unabhängig davon ob er jetzt wirklich gutes potenzial hat oder nicht weil der wird sich noch entwickeln und den werden auf jeden fall teurer weiter verkaufen können der hat noch einen jugendvertrag und das ist ein gutes talent hat nicht künftigen geist steigerungen bitte belastika und abbas haben gerade verlängert die ganzen ausgegrauten spiel verdammt zur ersten mannschaft von irgendeinem kader aus sind die ja verliehen sind die von 21 aus verliehen warum zählen die dann alle als leihspieler der braucht einen neuen vertrag und zwar sowas von er könnte schließlich unser größtes talent nach der ju sein den rest gucken wir mal später durch der wichtigste ist da bleibt er hat es zu langsam das wird nichts ugrin jetzt wird weiter gescoutet muss man nicht weiter scouten können auch nicht könnten ja tatsächlich leute dabei sein die ich kenne sieht aber nicht so aus offensichtlich doch ich hätte gerne den scout bericht zeitmannschaft sind da keine echten spieler mehr ok dann könnte ich aber tatsächlich war es zumindest mal ein spieler im fm den ich tatsächlich kenne das ist cool ok rochers kommt ablösefrei sehr gut und letar verletzt sich erstmal wieder klasse wir haben noch echt genug verletzungen jetzt schack elia hat sich eine rote karte gegen mich geholt ist ein grund hinzuscouten thomaslav krismanitsch ja den der wollen müssen wir auch nicht weiter scouten den ist die ampi mhm 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 mit pet slider au mell warte nicht im sommer zum probetraining bei uns terra rem rs Ich muss eben anpassen, was die trainieren, da wo es angepasst werden muss. Stereo braucht weiter in die Übersicht, schneller werden bitte. Weiter in die Ballkontrolle. Weiter in die Übersicht, Torschuss. Haben wir da irgendwen dabei, bei dem wir das Training ändern können? Oder zumindest noch ein Standard-Trainingsprinzip ändern sollten. Ja gut, aber dem fehlt halt die Geschwindigkeit. Das ist halt das, was ich am ehesten als Schwäche bei ihm sehen würde. Kopfballtechnik lässt sich darüber streiten, aber ich spiele ja eigentlich mit flachen Flanken, und deswegen fällt das nicht so ins Gewicht. Was war das denn da jetzt so lange zu berechnen? Ja, vielleicht ist das Torwart-Talent, aber zu wenig Zielschwierigkeit. Lasse Rosenboom. Ja. Ja. Durchaus eine Möglichkeit für die Zukunft. Warte Torwart-Torres-Scout mal weiter. Und Training wieder loben. Wir hatten noch keinmal, den wir das Training kritisieren mussten. Das ist interessant. Irgendwie in der Schlecht-Trainierung gibt es doch immer. Ja. Normalerweise die Spieler, die hier nicht spielen. So, Buba wäre einer der Kandidaten dafür. Vatkowiak eigentlich auch und Sutta, aber die trainieren. Gut. So. Okay. Weli unterschreibt einen Vorvertrag. Sehr gut. Ähm. Das sollten wir noch eben ändern. Wann der Mitarbeiter leitet die Testspiele. Okay. Die Stamm-Elf braucht Spielpraxis. Nehmen wir Vatkowiak mit Vassli. Kapp Brall statt Rona. Staubli. Fehl uns jetzt noch einer? Ach, der Backup für Rechts. Mh. Ha. Wir machen ja. U-Bau für Bank. Nur für Flexibilität. Uff, das war deutlich. 8-1 gewonnen. Ja gut, aber ein Freundschaftsspiel gegen einen 5- oder 6-Ligisten. Da ist das schon fast zu erwarten. Vor allem, wenn wir mit der Stamme-Elf spielen. Oh, das ist rein aus Interesse. Spielt hier noch jemand? Oh. Okay. Da sind ja noch weniger echte Spieler im Kader als bei Rogel. Okay. Wir gucken mal. Wir nehmen uns mal das weltweite Scouting-Paket. Ich suche jetzt Spieler mit auslaufendem Vertrag, die Interesse haben, zu uns zu kommen. Sontieren wir mal nach Wert. Da könnten ja 2-3 Gute dabei sein. Irgendjemand, den ich vom Namen her kenne. Nee. Ja gut, Lüland. Ist das der von Ingolstadt? Ja. Gucken wir mal. Conor Wickham. Der schnell, der hat einen vernünftigen Abschluss. Kann passen, hat eine gute Ballannahme. Pro-Training bitte. Ist ja ein A zu. Wir begrenzen das Alter noch auf 27. Schon deutlich weniger. Dullamadu. Guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie es aktuell bei uns aussieht. Wir sind mit 9 Punkten Vorsprung erster in der Winterpause. Das könnte die erste Meisterschaft seit 2000 werden, wenn ich mich nicht irre. Ja. Warte mal. Ja, das ist die erste. Sankt-Gallen ist ja aus dem Fahrstuhl-Mannschafts-Prinzip raus. Da waren die ja ja um 2010 drumherum waren die ja so ein bisschen Fahrstuhl-Mannschaft. Aber die haben sich mittlerweile gut gefangen. Ich glaube, in der aktuellen Saison. Na gut, die hat gerade angefangen. Sind die jetzt in der letzten Saison wieder Dritter geworden? Ich meine schon. Ach, können wir eben nachgucken. Ich hätte hier eine Fußball- und zwar International Schweiz. Okay, hatten jetzt nicht so einen guten Saisonstart. Vier Spiele, fünf Punkte. In der letzten Saison siebter geworden. Okay. Das machen wir besser. Das machen wir definitiv besser. Deutsch-Probe-Training. Hildeberto Pereira. Wo spielt denn der in China? Ja gut, das geil können wir uns nicht leisten. Ach, das geil von dem auch nicht. Ich... muss da mal... Können wir nach Gehalt suchen? Ja. Höchstens... 400.000. Die können... Die können wir uns dann auch vielleicht leisten. Den hätte ich gerne. Das würde ich gerne noch genauer haben. Deswegen zum Probe-Training. Jonas. Joel Sonora. Ach, links brauchen wir eigentlich keinen. Alan Campbell. Noch mal Mittelfeld. Nein, nicht Angebot machen, Probetraining anbieten. Federico Navarro, auch im Mittelfeld. Johnny Williams ist auch wieder im Mittelfeld. Kevin Zoi, das ist ein Stürmer. Zumindest kann er da spielen. Was ist sonst noch? Sven van Beek könnte ein guter Innenverteidiger sein. Ach, weil der verliehen ist, kann ich ihm kein Probetraining anbieten. Also scouten wir den Jungen einfach. Ansonsten... Ich denke mit dem Probetraining passt das erstmal. Und die wurden alle abgelehnt. Okay, einmal alle scouten. Ach, den Wickham und Mardu hätte ich gar nicht... müsste ich nicht scouten, kann ich mir eh nicht leisten. Auf jeden Fall müssen wir die... 6... Lassen wir jetzt erstmal alle mit Priorität versehen, damit die ganz schnell durchgescoutet werden. Damit die auch nicht von wem anders ablösefrei geholt werden. Und... Amine Essahel schieben wir dann noch nach oben. Um dann... Auf Platz 7 in der Priorität zu schieben. So. Filip Novakovic... Ja gut... U18... Das ist nicht so schlimm, dass der ausfällt. Daniel Jury... Scouten immer weiter... Grieger Schanto... Dominik Domröse... Ach ja, wir können den Kolumbien scouten. Da gibt es ja eigentlich immer relativ gute Talente, die auch günstig sind. Da hat Scouting begonnen... Scouting begonnen... Gut... Neu... Jetzt ist ein Großteil eingespielt. Dann können wir mit der B11 kommen. Zumindest größtenteils. Wechseln wir da mal groß durch. So. Ziegelsstammkeeper, der braucht... Der kriegt jede Minute, die er kriegen kann. Okay. Da gab es nur eine 2 neue. Aber passt schon. Es geht ja nur um die Spielpraxis. Ah, wir haben wieder eine Mail... Ach, vorhin eine Aufstellung. Die mit der wenigsten Spielpraxis. Ganz einfach. Oh, die Arasuba und Kampus haben schlecht trainiert. Es ist soweit. Boah auch. So. Und die guten wieder loben. Ah, die U21 hat ein Freundschaftsspiel. So. Gehen wir die Taktik durch. Jetzt kann auch Babic Spielpraxis holen. So. Und der Rest bitte auch. 3-0 gewonnen. Dreierpack Babic. Auch mit dem Freundschaftsspiel ist das eine gute Leistung. Okay. Zelle wird erstmal weiter gescoutet. Und wir gucken mal, ob wir wieder an dem Punkt sind, dass wir ihm ein Angebot machen können. Oder ob der immer noch kein Interesse hat zu verhandeln. Okay. Erstmal nicht. Byron Castillo. Ecuador bei Barcelona. Sind da irgendwelche guten Talente dabei? Nein. Du bist 30. Du musst gar nicht ankommen. Okay. Also wir ändern das Thema auf Meisterschaftskampf. 9 Punktenvorsprung können wir das glaube ich relativ gut sagen. Ich würde das aber immer noch nicht sagen. Wir gewinnen den Titel auf jeden Fall. Fabio Solimando. Kaum Potenzial. Darf gehen. Okay. Sven van der Karte. Einen Weg. Der scheint echt gut zu sein. Weiter gescoutet. Aurel Amanda. Scheint ein gutes Talent zu sein. Naja. Und es geht los. Sind die Angebote verhandelbar? Ja. Sind sie. Ist extrem interessiert mit dem Bayern zu sprechen. Dann verhandeln wir erstmal mit Juventus. Ich hätte gerne 5 Millionen sofort. Ich hätte gerne 40 Prozent vom nächsten Verkauf. Und das ist nicht verhandelbar. 2,5 Millionen über 3 Jahre. Ach, damit es runde Summen sind, machen wir 2,7. Nach 10 Spielen hätte ich gerne nochmal 2,5 Millionen. So. Machen wir es so. Dann sind es insgesamt 10 Millionen. Das Testspiel brauchen wir nicht. Keine Einigung für möglich. Alles klar. Ich will nicht Prozentsatz des Profits, sondern Prozentsatz vom Verkauf direkt. Die 5 Millionen direkt, die will ich auf jeden Fall. 1,6. Und 1,5. 2,5 Millionen. 1,5 Millionen. Und 1,5. 1,5 Millionen. 1,5 Millionen. Ihr müsst mir auch ein bisschen entgegenkommen, Bayern. leute abgelehnt ich habe den wechsel er will Champions League spielen ok wenn man es nicht für die Champions League qualifizieren darfst du gehen damit ist er glücklich ok also müssen wir uns die Meisterschaft holen der Abdullamaru ist viel zu teuer Durkan Tokus der stark Durkan ist zu teuer Campbell vergleichen wir Campbell mal mit Durkan Campbell ist defensiv und offensiv besser Durkan in den anderen Bereichen besser da die wahrscheinlich als Box to Box spielen werden ok technisches Campbell der bessere mental eigentlich auch vielleicht hole ich einfach beide dann haben wir ein dann haben wir fünf richtig gute zentrale Mittelfeldspieler könnten halt einen davon abgeben ich glaube das klingt glaube ich nach einer guten Idee 18 Mut das passt 19 Mut ja wir holen sie beide Nebel ist kurz auf Vertragsende dann gehen wir für ein halbes Jahr auf die Auswahlliste du willst direkt verhandeln das gibt es nicht aber du kannst Stammspieler sein sind die Zerplöse Summe kriegst du nicht 244 ok 273 286.000 299 passt 3 Jahre für unter 300.000 Kevin Zohi jetzt hat er mal wieder einen Stürmer der nicht gut im Abschluss ist nee den holen wir nicht guten Tag verdammt ich hab noch was vergessen nicht flüstern so jetzt wurde der entsprechende Rang auch mal verliehen wollte ich eigentlich gestern noch machen beziehungsweise heute morgen irgendwann aber hab ich nicht mehr dran gedacht meiste Siege in Serie wir haben aktuell neun das heißt wir haben jetzt gegen alle nacheinander gewonnen ich weiß nicht mal wer Leandro Böttchi ist ein schlechter Keeper glauben wir dass er gerade in einem bestimmten Bereich verbessert werden könnte ja ich hätte gerne neun Stürmer aber das kann ich ja jetzt schlecht sagen vom Spiel gegen Basel dann sind die Stürmer unzufrieden ach ich sag's trotzdem vielleicht kommen dann ein paar Stürmer an und wollen zu uns kommen das Fährfenster ist eröffnet und gleich gibt es neue Spekulationen oh Wunder wird es in den nächsten Wochen irgendwelche Transfers geben weiß ich nicht macht das das nein Alan Campbell werden wir trotzdem kriegen Marco Brosinovic ja Damu fest verpflichten das wäre ne gute Möglichkeit aber der wird zu teuer auch wenn es Sinn macht dass wir ne weiterholen würden weil der ist halt schon hier wie wird Jesse Marschall darauf reagieren keine Ahnung naja soll ich das wissen wie der darauf reagiert und Basel hat Wittmer für 8 Millionen verkauft ja sowas in der Ecke hätte ich auch gerne für Stergio Christian Dion Gacola gute Zielschreibigkeit Renzo Ruella yeah Georges Mikautatze wäre einer für gute Standards Eskissen scouten wir mal Saldania Johansson Zekiele Kivuti Mental ist er richtig stark zumindest in der Einsatzfreude und Zielschreibigkeit ja gut der ist in den Weitschlüssen richtig schwach dafür Toma wird angefangen Dramant Raure hat ne gute Zielschreibigkeit Gustavo Gamara ja auch okay der nicht der auch nicht auch nicht auch nicht da wird Scouting angefangen okay sind wir wieder durch so dann sind wir erst mal Spiel gegen Basel und nochmal die Spieler loben Quitsch ja ich bin mal gespannt da werden bestimmt noch mal ein paar Angebote kommen für Stergio wenn nicht jetzt dann im im Sommer im Sommer kommen garantiert Angebote dann ist es wahrscheinlich auch wieder Paris oder so jemand da dran einmal die Stammelf wieder auf dem Platz bitte schade dass Svenson sich direkt wieder verletzt hat aber das können wir jetzt halt nicht ändern so und die Elfmann müssen das jetzt gegen Basel reißen es ist ne großartige Gelegenheit es allen Experten zu zeigen dass die Lorbeeren gerechtfertigt sind ich hab Vertrauen in euch wie üblich passt ja äh wir sind in der Formtabelle nur noch auf dem zweiten mit fünf Siegen in Folge wow das Basel erster haben die auch fünf Spieler gewonnen ja okay die beiden Teams die am besten in Form sind das ist mal ein Top-Spiel war Gräuchy doch nicht die vorfrühne Gelbe wow die Ecke war schlecht verteidigt da waren vier Mann um Cabral drum rum warum kommt der trotzdem zum Kopfball das verstehe ich nicht so Schegrava nur Köpf den raus so Kreuchy kommen Zweikampf Salifu kommt auch nicht rein kann da bitte mal oh ah Schegrava zieht vorbei Glück gehabt Leute ich fordere mehr von euch Wirkliche Leistenverletzung nee das brauchen wir echt nicht Können wir nicht einfach mal drei vier Spiele ohne Verletzung haben Salifu Fasli Risa Fasli holt den Ball zurück zurück auf Moheim und dann passiert nichts mehr Lindner auf Quintilla Moheim den Ball hättest du schon viel eher haben können Fasli auf Moheim Görtler Risa Risa zieht nach innen liegt auf Adamo und der schießt auf den Keeper der zweite abgefälscht Ecke Risa bringt die Flanke rein Kreuch die kommt leider nicht an Kopfball wieder Risa noch mal die Chance Salifu Risa und Tor blockt zur nächsten Ecke Risa bring die Ecke rein die wurde abgewehrt du hast noch eine Chance aus Salifu Görtler Risa verliert den Ball Quintilla mit dem nächsten Angriff zumindest probiert das zweimal Salifu okay Risa bitte dann Shiri das ist niemals ein Elfmeter das ist eindeutig Ball gespielt kannst du mir bitte recht geben danke geht doch die Führung für Basel ist echt unverdient ich bin nicht wütend nur enttäuscht vor allem von der Abwehrarbeit vom Mittelfeld und vom Stürmer Fasli Görtler Amorim kommt nicht in Zweim aber Fasli holt den Ball Risa in den Lauf von Adamo und Adamo mit dem Ausgleich weiter so immer weiter so aber aus der Distanz ein Lupfer ist schon wow okay Zigi hat den noch drin gehalten Glück gehabt das sah mir eigentlich danach aus als wäre der Ball schon draußen Görtler hat den Ball Quintilla Salifu er probiert es kriegt den Ball wieder und verliert ihn direkt muhrheim hat kein gutes Spiel Zigi eigentlich auch nicht aber Torwart kann man ja schlecht auswechseln Kampral gibt's halt einen wo für Basel und Flanke und Chegrova legt den rein der Junge war viel zu frei muhrheim muhrheim war bei ihm muhrheim war bei ihm und hat Begleitschutz gegeben mehr war das nicht lassen wir Cabral mal auf links ran und bringen Jakovic rein zusätzlich nehmen wir auch Derasuba runter wegen schlechter Leistung so feiern wir die Jungs mal an Gilmenor auf Jakovic Quintilla mit probiert's hätte ja sein können dass der Keeper schläft Quintilla auf Görtler raus auf Gräuchigel Gilmenor Adamu Ausgleich das zweite Mal und jetzt würde ich gerne mal eine Führung von unseren Jungs sehen also Gilmenor war schon mal ein guter Wechsel Jakovic schaut den Ball wieder nach vorne Quintilla kommt nicht in Zweikampf Jakovic geh ran gut Glück gehabt also Zigi hat heute definitiv einen schlechten Tag 6-2 das ist glaube ich die schlechteste Note die er in dieser Saison bekommen hat so tauschen wir noch zweimal Görtler der auch nicht den besten Tag erwischt hat und nun nehmen wir noch runter um die gelb-rote nicht zu riskieren so Cabral mit dem Einwurf auf Ariza kommt nicht durch Fasli fängt den Ball ab auf Quintilla Fasli wieder mit dem Aufwurf von hinten Cabral Fasli auf Stillhardt Gilmenot Gräuchy Gilmenot Gräuchy Ariza ans Außennetz Nadamo hat den leider verpasst die Führung für uns wäre schon hochverdient mittlerweile Stillhardt auf Ariza Gilmenot auf Adamu Lindner wird ab zur Ecke weil offensichtlich nichts bei rum kommt Gilmenot Quintilla Gilmenot und Ende wieder 2 zu 2 gegen Basel und wir hätten das gewinnen müssen wir hätten das gewinnen müssen die waren eigentlich schon fast chancenlos naja chancenlos nicht die hatten ein paar gute Chancen aber alles in allem ist das unentschieden nicht zufrieden stellend Cabral ich hatte keine Alternative mehr auf der Bank ich fand es wichtiger auch in der Offensive einen Wechsel zu machen und der fehlt wieder für fünf Wochen aus der junge hatte aber auch ein Pech da muss unser bester Liga Torschütze mit sechs Treffern nach 15 spielen und ist damit dritter das fehlt definitiv an qualitativ hochwertigen Stürmern Verletzungen auf die langfristigen Pläne aus ist nicht genau wie lange er ausfällt deswegen kann ich noch nicht sagen wie groß uns das beeinflusst großer Teil der Tore fällt zu Beginn einer Halbzeit ja wissen dass viele Mannschaften zögerlich und abtastend beginnen das vernutzen vernutzen was das versuchen wir auszunutzen so Steffui zu wenig Spielpraxis äh Zielschreibigkeit um langfristig Erfolg zu bringen Oberlin der Junge ist halt richtig schnell aber ansonsten kann der nicht viel Grasniki ja das wenn seine Deckung besser wäre und der Abschluss dann könnte der ein richtig guter Box to Box sein aber so ist das Mittelfeldspieler der ein offensiver Mittelfeldspieler der auch meine Zweikämpfe gehen soll obwohl ich nicht sehe dass es da eine geeignete Rolle gibt Kämpfe kommt ablösefrei haben wir schon die ersten paar Transfers für die nächste Saison verfließig wird Ersatz Nummer 1 sein Nuhu ist sowieso Stammspieler Stillhardt ist nicht in eine Verteidigung eingeplant Ja wir hätten das Spiel gewinnen müssen ganz klar äh Dua können wir als Stammspieler verleihen dürfte uns nicht allzu sehr schaden Scoutbericht über Verdutz das ist wieder eine relativ defensive Taktik dann dürfte man mit dem Abwarten dann wieder relativ gut fahren ähm wir nehmen Rona mit weil er Außenverteidiger ist für Dua ja wir haben Campus wir haben Sutter wir haben viele Spiele einer Offensive die flexibel einsetzbar sind das ist glaube ich eine große Stärke von uns ja Verlust ist ein schwaches Team im Vergleich zu uns okay lassen offensichtlich sehr viel zu spielen so defensiv und sind trotzdem defensiv schwach ja gucken wir mal dass wir das ausnutzen können Antizipation ja muss weiter hoch Böcci Pressekonferenz vorm Spiel gegen Verdutz ja ich betrachte uns als hausholen Favoriten wie hat Adam auf das zunehmende mediale Interesse an seinen Leistungen reagiert ist in guter Form wenn überhaupt hilft es ihm sein Talent zu demonstrieren wie groß ist der Verlust in Säge vorm Verdutz Spiel ein zu schätzen ist nie schön ohne hinauszukommen aber wir werden unser Bestes geben Spieler wie Ronaldo Reza Woche für Woche konstant ja allerdings das ist er einfach ist es deshalb für sie noch aufzustellen ist zuverlässiger Spieler da muss ich nicht groß nachdenken der bringt konstant Leistung der spielt eigentlich immer was denken sie über die Situation von C.O.N. bei Young Boys ist nicht meine Angelegenheit gilt als Überraschungsteam im negativen Sinne sind viel besser als im momentaner Tabellenplatz werden in Kürze auch weiter vorne stehen Solimando geht zur Winterthur Quintilla erkälte dich doch nicht ist so ich weiß es nicht die antizipation ist katastrophe ohne ball ist ja nicht sonderlich gut der ist langsam aber er ist dribbel stark passend ist auch okay das wäre echt schön wenn wir den kriegen da kommt staubi staubi rein irgendwann krieg ich den namen auf reihe mit tafeln stadt kommt rein da können wir rotieren und babich spielen wir das nächste spiel mit denen so medien haben euch viel anerkennung gezollt das wird jetzt glaube ich das erste die standard ansprache bis wir das erste mal spiel verlieren ja es ist einfacher montilla jetzt zu ersetzen als gegen basel muss man schon zugeben von uns hat die schlechteste defensive wir haben die beste offensive das ist eine üble kombi ja es ist bei weitem bessere team und werden zeigen warum ruhe warum passiert da nichts zeigt mal ein bisschen einsatz jungs na los danke cabral auf staubi cabral letta staubi letta langer ball auf cabral und das ist gelb rot in der zwanzigsten das ist die gelb rote karte in der zwanzigsten minute und und oh gelbino hat etwas abbekommen müssen wir mal gucken ob sich das gibt in den nächsten paar minuten ansonsten müssen wir eine runter nehmen trump cabral 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 wow danke für den host lash bob 61 man das ist das sind ein paar wow Oh, wir haben einen Elber. Sehr schön. Das ist ein Raid sogar. Danke, Ruiz, fürs Tor. Weiter so, bitte. Ja, dann. Schönen Abend noch. Danke. Dann mal... Herzlich willkommen, ihr Raider. So, Ruiz. Das ist jetzt nicht der nächste Elfmeter, oder? Wofür Pech können die bei Verdutz doch nicht haben. Gelb-Rote Karte und 12 Meter in 10 Minuten ist übel. Und noch ein Elfmeter. Eigentlich... So will ich die Führung nicht, aber... Wir nehmen's mit. Nehmen wir mit. Gucken wir mal. Das ist der Selbstvertrauen von Verdutz natürlich nicht gut. Okay, Gilmenu hat sich ein bisschen erholt. Zumindest bis zur Halbzeit können wir das durchziehen. Krieg ich das Cabral-Gelb. Ich krieg das Cabral-Gelb. Was? Alles klar. Guten Abend, Ash. Dann gehen wir nur runter für Jakovic. Vielleicht hätten wir es bis zur Halbzeit noch rauszögern können. Mit dem Wechsel. Zehn gegen zehn. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Der kam wie lange? In der 40. reingekommen und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte verletzt runter. Wie viel Pech muss man haben? Läuft gut, aber ihr habt noch mehr drauf. Schlechter, ihr könnt besser und das sagen wir wieder mal allen. Simani, Babic, probiert es. Ruiz kommt auch nicht dazwischen. Was kann Zambeli für Förder zu leisten? Ruiz fällt Stimmen ab. Stau blieb. Rona, hol dir den Ball. Naja. Könnte der Sound bitte nicht alle paar Sekunden mehr anfangen. Wow. Ruiz Standard-Gott. Aktuell. Das war mal ein guter Freistoß. Und der nächste verletzungsbedingte Wechsel. Das Problem ist, drittes Wechselfenster jetzt. Gut, dann gibt es den Dreifachwechsel. Gertler kommt rein. Wen bringen wir noch rein? Einen Wechsel. Ne, zwei müssten wir noch können. Für der Rassu haben wir in dem Spiel keinen Platz. Wir bringen Andame für Babic. Ah, wir bringen Ariza für Buba. So. Dann haben wir durchgewechselt. So, Rona mit dem Einwurf auf Ariza. Gertler, Stillhardt. Ariza. Probiert's. Ja. Aber passiert nicht mehr viel. Oh, Ruiz mit der Ecke. Schade. Rona. Gertler, Rona, Riza. Ruiz. Wäre jetzt auch zu gut gewesen, wenn er es noch sein viertes gemacht hätte. Äh, erstes Jahr mit St. Gallen. Wir sind gerade im Januar. Ja. Wir sind bis jetzt ungeschlagen. Die einzige Pflichtspiel-Niederlage war in der Euroleague-Quali gegen Galatasaray. Da haben wir 6-4 verloren. Ansonsten läuft's bis jetzt ganz gut. Wir sind auf Meisterschaftskurs. Auch wenn ich das noch nicht so wirklich wahrhaben will. Ich rechne noch mit dem großen Einbruch. Aber Stand jetzt läuft's sehr gut. Die haben keinen einzigen Torschuss abgeliefert. Ist ja nicht so ganz richtig. Aber wir können auf die Defensivarbeit stolz sein. Äh, ich gehe davon aus, dass da der Freistoß gemeint ist. Dafür hat sich's... Alleine dafür hat sich's Eintrittsgeld gelohnt. So. Wer ist Bubista? Ein Trainer von Cap Verde. Cabral-Nationalspieler wird bei dem Verletzungspech, was der Junge hat. So. SL will wieder verhandeln. So. Zweijahresvertrag. Wir fangen direkt mit 93 an. 500 Auflaufprämie. 250 Vorlagenprämie. Und Ersatzspielerprämie. Zwei-Jahresvertrag. Dafür ist auch ein bisschen mehr Loyalität. Passt. Dann könnten wir Amine SL Ablöse freiholen. Hi Huracan. Äh, wir wurden eben von Lashbob geradet. Deswegen, da sind noch ein paar da geblieben. Was echt schön ist. Äh, Cabral wird für ein Spiel gesperrt. Und, ja, brauchen wir keinen Einspruch. Ruiz, drei Tore. Tiki-Taka-Stil. Nur weil wir mal kurzen Pässen spielen. Ja, von mir aus. 30, Mann. Das ist. Ja. Mehr als ich eigentlich mit rechne. Nehmen wir mal eine PK-Teile. Ja, finde ich auch. Wenn man denkt, dass er eigentlich einer der größeren FM-Streamer im deutschsprachigen Raum ist. Und ich gerade erst angefangen habe. Das gefällt. Ja, Ruiz Hedrick war Schlüssel zum Spiel. Äh, zum Sieg. Das ist der einzige Junge, der getroffen hat. Natürlich war das der Schlüssel zum Sieg. Total faul von Cabral. Ähm. War keine Absicht. Mancher Experte presst schon den Aufstieg des Gerdes-Stils an. Es ist wichtig, so zu spielen. Ja, wir glauben alle an den Spielstil. Offensive Ausrichtung scheint gefallen zu haben. Ja. Ich will ja auch offensiv spielen. Hm. Daraus muss er lernen. Ellbogenschlag kommt nie gut an. Als nächstes Luzerns. Boah. Das ist der Torschütz von den hat fünf Tore. Fast so gut wie Adamo. Adamo. Ist Ruiz jetzt eigentlich unser bester Spieler? Äh, unser bester Torschütze? Ne. Äh. Nächsten Monat müsste es im Pokal weitergehen, oder? Ziegis Torwart des Jahres. Da müssen wir dem ersten für gratulieren. Äh. Quintilla und Kreuchi in dem Mittelfeldspieler mit drin. Adamo beim Stürmer auf dem dritten. Schagrova Talent des Jahres. Elftes Jahres haben wir Quintilla, Zigi, Babic auf der Bank. Und wer wurde jetzt Spieler des Jahres? Äh. Spieler des Jahres. Arthur Cabral. Er wurde zwölf Einsätze, acht Tore in der Liga. Das ist stark. Scouting. Landritt Eupi. Hat nicht genug Zielstrebigkeit. Luis Fernando. Scout nochmal weiter. Therese Campbell. Scout nochmal weiter. Paul Smith auch. Nestor. Ja, das ist durch. Der wird nicht mehr gut genug. Wir sind immer noch erster. Haben neun Punkte Vorsprung. Also. Erstmal wird sich da nicht so viel dran ändern. Da müsste jetzt schon noch relativ viel schief gehen, damit Basel da nochmal rankommt. Kirby. Keine Zielstrebigkeit. Also ne. Könnte. Könnte. Neuer Torwart werden, falls Zigi geht. Steal no day. Scout nochmal weiter. Shag Elia. Ne. Da müssen wir gar nicht. Ne. Mindestens 10 Millionen werden wir nicht bezahlen für den Spieler. Noch nicht. Dafür müssen wir regelmäßig in der Champions League sein. In der Gruppenphase. Vorher wird das nix. Adamo ist weiter am Abschluss arbeiten. Kreuchi. Mit den Flanken mittlerweile auf einem guten Level. Und SHL kommt. Der kann ab der nächsten Saison viel dazu beitragen. Niko Rissi. Der kriegt einen Profi-Vertrag. Aber keine. Ich verspreche dir nicht, dass du verliehen wirst. Keine Gewinnbeteiligung. Nix. Aber wir gehen mal 15,75 Millionen. 18. Passt. Unter 20. So. Cabral ist gesperrt. Jakovic ist verletzt. Ähm. Wir haben keine weiteren Abwehrspieler mehr in die Waffebank nehmen können. Dann kommen Sutta. Kommt auf die Bank. Und Kreuchi. Äh. Lausanne. Wir bringen mal wieder ein paar Stammspieler. Kreuchi für Buber. Ruiz darf weiterspielen nach dem Top-Absoluten-Klasse-Spiel. Adamo kommt wieder rein. Dirasuba. Görtler. Ach. Quintilla ist ja verletzt. Da war ja was. So. Wir kriegen Nuhu wieder. Ne. Leta ist gerade gut in Form. Lassen wir eine Waffe weiterspielen. Medien haben euch viel Anerkennung gezahlt. Ach. Ich erwarte nichts anderes als einen Sieg. Oh. Sind sie schon alle motiviert. Okay. Mein Gott. Das Wetter interessiert doch nicht. Wir sind voll auf in der Lage, auch gegen die, die sich hinten reinstellen, Tore zu schießen. Okay. Wird nicht... Wird es direkt der erste Angriff? Nein. Und dann nehmen wir Kräuch hier runter für Buber. Also die Winterpause, beziehungsweise generell der Januar ist verletzungstechnisch echt nicht gut für uns. So, Leute. Jetzt. Suzuki. ist auch schon wieder angeschlagen, ey. Der tat sich ja... Nein. Sieg hält den. Nice. Können wir jetzt mal mehr fordern. Und es passiert gar nichts. Staubli auf Buber. Der verliert den Ball. Und der geht auf Zigi. Komplett unbedrängt. Ah, Adamu. Ach. Bis jetzt sehe ich noch keinen Grund, warum das ein Highlight ist. Zigi lenkt den Ball zur Ecke. Ja. Los, Buber. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Salifu werden wir in der Halbzeit rausnehmen, zur Sicherheit. Damit das nicht schlimmer wird. Was auch immer der gerade hat. Okay. Stillhard. Letta. Buber. Stillhard. Jetzt probieren wir es mal mit der Geschwindigkeit von Adamu, aber ohne Erfolg. Zigi lenkt den Ball zurück. Fasli. Okay. Rona kommt dran. Buber. Adamu am Ball. Salifu. Probiert es, aber holt nur eine Ecke raus. Immerhin. Immerhin eine Ecke. Ruiz bringt die Ecke rein. Zigi legt rüber auf Letar. Ruiz im Abseits. Muheim mit dem Einruf auf Salifu. Stillhardt. Göttler. Lange Ball auf Muheim. Und Buber mit dem 1-0. Hat lange gedauert. Aber da wollen wir mehr von sehen. Muheim hat hier sehr viel Platz. Konnte die Flanke unbedingt bringen. Keiner bei Buber. Da müssen sie bei Lausanne besser aufpassen. Vier Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Wir sind noch nicht mal verdient vorne. Ja. Da macht die Qualität dann halt den Unterschied. Ich bin unzufrieden mit der Leistung heute. Vor allem mit der Abwehrarbeit und dem Spielaufbau. Adamu hängt ein bisschen in der Luft. Von dem war nicht viel zu sehen. Ruiz. Ich wollte Salifu auswechseln. Jetzt muss er sich durchbeißen. Göttler. Adamu. Ja, kommt da nicht ran. Rona. Das passiert nicht viel. Oh. So frei darf keiner ein 16er sein. Ja, Mahou mit dem Pass auf Suzuki. Baresch holt sich den Ball. Fasli hätte da auf Mahou aufpassen müssen. Das war katastrophal verteidigt. So, Ruiz mit der Ecke. Buber kommt nicht ran. Murheim auf Ruiz. Irgendwie kommt der Ball zu Adamu und geht rein. Irgendwie. Aber Ruiz glückt, dass der nicht im Abseits war. Dann. Ach, Nani Sayamu schießt Adamu an. Okay. Okay. Nehmen wir mit. Der war doch wieder... Ach, Abseits. Immerhin... Hier haben wir Glück. Ah, wir spielen absolut nicht gut in dem Spiel. Aber wenn wir jetzt wechseln, müssen wir so durchspielen. Deswegen... Boah, das war richtig deutliches Abseits. Ich will das Wechseln noch möglichst lange hinaus zögern. Und Murheim fast mit dem Treffer aus der Distanz. Berti, danke für den Follow. So, jetzt wechseln wir. Der Rastuba kommt runter. Ruiz kommt runter. Naja. Nuhu kommt für Rona. Kann Letar... Ne, Letar kann es gar nicht. Nuhu kann es gar nicht. Fasli... Der kann es ein bisschen. Okay, wir stellen doch lieber Letar dahin. Okay, den El-Zigi. So, was passiert jetzt? Kistea. Hörst du den Ball einfach lang nach vorne? Ja. Oh, direkt auf Görtler. Adamo hat den Ball. 3-1. Stark. Da hat sich Adamo aber so gerade eben auf dem Abseits rausgehalten. Damit links in Winkel. Aber es ist halt immer noch Null verdient. Wir haben halt einfach die viel bessere Chancenverwertung in der Situation. Passiert jetzt noch was? Am liebsten würde ich ja sagen, nein. Ach, Zürich dürfte noch gegen Basel ausgleichen. Damit wir ein bisschen größeren Vorsprung haben. So, Gülmenor setzt sich gegen Barres durch. Und Abpfiff. 3-1 gewonnen als schlechtere Mannschaft. Da hat die Chancenverwertung den Unterschied gemacht. So. War ein schöner Sieg. Wenn auch unverdient. Beeindruckendes Resultat und die Leistung. Das Resultat war gut, die Leistung nicht so. Hm, ich denke das Ergebnis schmeichelt uns ein wenig. Obwohl die Verteilung viele Löcher aufgetan haben, sind sie nicht mit einer Niederlage vom Platz gegangen. Man weit weg von unserer Bestform. Ja. Oh, Kreuchi. Boah, jetzt hält der noch für zwei Monate aus. Der Rassu war auch im Monat weg. Der kritisiert uns fürs Verletzen von Spielern. Wir sind die, die zweimal verletzungsbedingt in der ersten Hälfte wechseln mussten. Kosovo-Trainer war da für Fasli. Galataserei, einzige Niederlage bis jetzt. Unglücklich. Groß und Ganzen läuft es bis jetzt gut. Hoffen wir, dass es weitergeht. Welchen Einfluss hatte das vor kurz vor dem Halbzeitpfiff? Das war der perfekte Zeitpunkt. Videobeweis. Ich wusste noch nicht mal, dass der involviert war. Wie schwerwiegend ist der Verlust von Kreuchi? Wird es auf jeden Fall schwerer machen für uns. Wie wäre Reaktion auf die Kritik an unsere Extreme-Harten-Gang-Art? Sprechen keine Regeln. Ich war ganz ehrlich. Der verletzt zwei Spieler von uns und beschwert sich im Anfluss, dass wir brutal sind. Sollte sich seine eigene Mannschaft mal angucken. Ja, ist mir egal, was die anderen zu meiner Taktik sagen. Solange es funktioniert, können die sagen, was sie wollen. So, Noatoma. Ist ein gutes Talent. Wenn wir im Sommer das Geld übrig haben, müssen wir mal gucken. Vielleicht holen wir eine. Aber da kommt es auch darauf an, wie viele Jugendspieler wir da... Also wie News & Take aussieht. Die wollen Letar ausleihen. Ich habe aktuell nur vier Innenverteidiger, deswegen Nö. Ganz rigoros. Der wird nicht verliehen. Ich suche... Achso, einfach, weil sie Partnerverein sind. Okay. So, monatliches Finanz-Update. Ja, 400.000 Minus. Ja. Wir sind noch an dem Punkt, dass wir von Transfer erlösend leben. Aber gerade am Anfang ist das, glaube ich, normal. Rafael Oliveira mit dem ersten Saisontor für die Old Boys. Ich könnte mal... Okay, Trainingseinrichtungen werden ausgebaut. Boah, was könnten wir noch? Ja, komm, wir fragen mal einen neuen Vertrag an. Weil wir haben ja nur noch bis Ende der nächsten Saison. Das läuft aktuell grandios. Und ich erkehre ein paar mehr Scouts. Alles angenommen. So, kürzlich gibt es einen neuen Vertrag. Ein Scout mehr. Okay. So. Wir hatten einen Vertrag bis 24. Das wäre eine Verlängerung um zwei Jahre. Ja, die Gehaltskürzung bei Abstieg ist okay. Ähm... Ich will die Vereinsfinanzen nicht zu sehr belasten. Deswegen, wir reichen die 100.000. Der Verein soll Geld sparen. Aber vor ein bisschen was muss ich auch leben. PSG kommt für Stairgy. Oh... 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 So, Prozentsatz zum nächsten Verkauf. 40 Prozent. Eigentlich... Ich meine, wir haben ihm versprochen, wenn wir uns nicht für die Champions League qualifizieren, kann er gehen. Also wir haben ihm im Prinzip versprochen, dass wir uns für die Champions League qualifizieren. Ich will sehen, was der Grund ist, warum er gehen möchte. Weil wir das im Moment eben nicht tun. Ach... Gucken wir mal, was wir so rausholen können. Ich will direkt 5 Millionen pro Liga-Einsatz. Ja, von mir aus. 2 Millionen in Ratenzahlung. 1 Million nach dem ersten Länderspiel. Wurde zurückgezogen. Gut. Dann müssen wir den zumindest nicht ersetzen. Wäre jetzt auch nicht so einfach geworden, glaube ich. Der ist ein Favorit gegen Sior. Können wir jetzt bei einer Niederlage gegen Sior auf dem Tabellenplatz bleiben. Ja. Sior ist 6. Ich glaube, der Kampf im Mittelfeld ist relativ eng. Also dritte bis sechste sind 3 Punkte. Faduts hat schon 5 Punkte Rückstand. Das letzte Spiel der Hinnrunde. Damit haben die jetzt 22 Punkte. 17 Spielen auf dem sechsten Platz. Können die am Mittwoch 3 Punkte mitnehmen. Oder der FC Sior zu nahe treten zu wollen. Unsere Chancen stehen gut. Wie wichtig ist die aktuelle gute Form und der gute Teamgeist? Die Sorge, dass eine Niederlage der Moral im Kader einen Knacks geben könnte. Nein. Ivan Matitsch. So wichtig kann der Fissier auch nicht sein. Zumindest seine Leistung nicht. Bei einer 6,76. Das ist jetzt nicht überragend. Wer ist nominiert für den besten U21-Spieler bei der FIFA? Winger 7,1,5. Donnarumma 7,2. Horland 7,5,4. Mit 14 Toren. Harvard 7,3,4. Ödegard 7,6,3. Dann ist Ödegard mein Favorit. Als Nationaltrainer könnte ich auch eine Stimme ab... Ah, nee. Kann ich mal U21-Parl? Als Nationaltrainer eine Stimme abgeben? Ich glaube nicht. Aha. Müssen wir mal gucken, falls ich irgendwann mal... einen Nationaltrainer mache. Äh... Olivera, kein Auslauf in den Vertrag. Beli hat einen Vorvertrag unterschrieben. Besio... Dem geben wir mal einen Vertrag. Ich will hier eigentlich alle unter 20.000 halten. Die Jugendspieler. Ohne Perspektive in der ersten Elf. Also im Moment ohne Perspektive. Können sich ja immer... Können immer einen guten Sprung machen. Ich finde es gut, dass die alle nur Perspektivspieler sein wollen. Rissi hat schon ein... Novakovic kriegt noch einen Vertrag. Ja gut, jetzt haben wir die Allzeigung drin. Kann man nicht mehr ändern. Und das ist damit... So, das passt. Ratschläge zur Spielentwicklung. Ja. Ach, jetzt wird er für zwei Spiele gesperrt. Das finde ich unfair. Einspruch. Na gut, suchen wir uns eben einen Scout, den wir noch einstellen können. Vielleicht gibt es ja einen. Der nicht allzu viel Geld will. Jemals Burul. Ja, der ist zwar 62. Und der will kaum Geld. Sei mein Scout. 18 Einschätzungen Potenzial. So ein Scout. Die... Die brauchen wir mehr. Akrambenaysha. Lukas Bina, Probetraining. Juppie, Scouten. Kamil Gravara, Scouten. Gravara ist ein guter Keeper. Nicht so gut wie Zigi, aber ist schon okay. Habe ich in meinem Aus-Safe, den man auf YouTube gucken kann. Da hat er bis jetzt relativ gute Leistungen gezeigt. Erlin Jordan, als Zehner. Scouten wir mal. Bartosan Oechsum. Keine Zielschrébigkeit. Solche Spiele müssen gar nicht erst ankommen. Es wird eh nix. Smiler Seidu. Smiler Seidu. Okay, den Scouten war. Den Scouten war. Daniel Ballard. Ballard. Scouten war. Und den Scouten war auch mal. So, und jetzt geht's los. Die großen Verletzungsprobleme. Ich finde, dann können wir zumindest schon mal wieder auf die Bank nehmen. Ja, super. Kommt Gilmenow für Staubli. Ah, Quintilla ist wieder fit. Sehr gut. Dann nehmen wir Ellie Wan mit. Barbic als Backup auf A10, falls wir einen brauchen. Nuhu wird wieder spielen. Ariza. Ja, wir bringen Ariza statt Buba. Ja. Passt so mit der Startelf. Ist halt schon arg verletzungsgebeutelt. So, in der Formtabelle. Theo Siebter. Wir sind auf dem Ersten. Zeigen wir Ihnen, warum. Gräuche fällt verletzungsbedingt aus. Wie sehr wird er fehlen? Liegt an der Mannschaft dafür zu sorgen, dass sie ihn nicht allzu sehr vermissen. Woher soll ich wissen, was Per Egil Flo bei Lausanne gemacht hat? Das ist nicht mein Ding. Wenn die der Meinung sind, der ist zu schlecht, setzen wir auf die Transferliste. Wenn er irgendwelche Böcke geschossen hat, disziplinarische Schwierigkeiten. Das weiß ich doch alles nicht. Corona-Verrieser. Fasli. Fasli. Zigi muss damit verteidigen. Also, er läuft zwar mit, aber ist viel zu langsam. Zigi verkürzt zwar den Winkel, aber ohne großen Einfluss am Ende. Da brauchen wir mal ein bisschen eine Leistungssteigerung. Und zwar eine gewaltige. Jungs, was ist da los? Gürgitsch, der komplett unbedrängt ist. Clemenza. Wo keiner aus unserer Abwehr mehr rankommt. Zigi, der nicht wirklich eine Reaktion zeigt. So, Jungs. Das wird jetzt eine schwierige Aufgabe. Marisa probiert's. Holt einen Einwurf raus. Quintilla gewinnt das Kopfball-Duell. Arisa. Oh, Adamu. Ah. So, Ecke Ruiz. Kommt Quintilla leider nicht am Ball. Und kein Konter. Sehr gut. Dann feuern wir die Jungs schon mal ein bisschen an. Ach, danke, Tigi. Du hast den Ball gehalten. Gut so. Gürtler. Gürtler kommt nicht in Zweikampf. Gilmenau auch nicht. Aktuell ist das in allen Belangen eine Katastrophe. Arisa, der den Schuss abblockt. Nur der die Flanke abfängt. Damu auf Arisa. Damu auf Arisa. Jetzt könnten wir mal eine gefährliche Situation erzeugen. Damu aus der Distanz knapp daneben. Leute, 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 Leute. Das ist gar nicht gut. Rona, der richtig schwach spielt. Aber wir haben keine andere Option hinten rechts im Moment. So. Dann müssen wir den Jungs jetzt auch mal sagen, dass wir über diese Leistung wütend sind. So. Nuhu. Quintilla. Gürtler. Quintilla. Mit dem langen Ball auf außen. Auf Arisa. Wird von Iapikino abgegrätscht. Okay. Muay mit dem Einwurf. Gilmenau kommt da nicht dran. Gürtler. Quintilla. Muay mit dem Einwurf. Quintilla. Gilmenau. Schlechter Pass auf Arisa. Jetzt ist es wieder nach vorn. Über Gilmenau. Adamu. Quintilla. Außen auf Muhlheim. Der Platz. Quintilla. Schießt drüber. Das ist überhaupt kein gutes Spiel heute. Den hält Tigi. Uuh. Risa. Bleibt dann Lacroix hängen. Risa. Bring den Ball rein. Das ist heute echt ein gebrauchter Tag, den wir da haben. Na gut. Wir müssen mal ein bisschen was ausprobieren. Wir nehmen Rona runter für Lethar. Bring Lethar mit in die Innenverteidigung. Ball spielender Verteidiger. Muhlheim. Probieren wir das mal mit einem 3-4-2-1. Muhlheim als Flügel auf unterstützen. Wir müssen Risa auf unterstützen. Kann Risa nicht so gut. Dann geht Ruiz dahin. War Risa und Gilmenau beide auf H10? Wir nehmen was mit einem Tricotista und einem Schattenstürmer. Ähm. Ja. Box-to-Box und Spielmacher. Nehmen wir den vorgeschobenen. Wir spielen mal mit den Kontern. Ein paar Spiele darf jetzt vertikaler sein mit höherem Tempo. So. Wir machen Ruiz auf Angreifen. Wir brauchen jetzt Offensiv-Power. Hoffen wir, dass es was bringt. Mehr schiefgehen kann es ja nicht. Ruiz außen auf Muhlheim. Bringt eine Reihen auf Ruiz wieder. Der Kopfball wurde schon mal gehalten. Quintelan auf Letar. Ruiz. 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 Nehmen Ruiz runter für Babic und nehmen zumindest den Flügel, einen etwas offensiveren Flügel auf rechts. Nehmen wir, okay, Adame und Zentrum ist nix. Babic? Schon eher. Kommt Johann noch vorne drin? Muheim nehmen wir runter. Nehmen wir nicht runter, wir haben keinen, der da spielen kann. Und ändern wir auf sehr offensiv. Es ist jetzt alles nach vorne. Und es passiert gar nichts mehr. Es passiert halt absolut nichts mehr. Danke, Nu, dass du da dazwischen gegangen bist. Kann jemand... Oh, scheiße. Abseits. Gott sei Dank. Tiller, Letar auf Babic. Ach. Ne. Das ist die erste Saison-Niederlage. Gut, der Freistoß vielleicht nochmal eine Chance. Aber es wird auch nicht zum Ausgleich führen. Ja. Da haben wir die erste Niederlage der Saison. Und es war gerade die erste Viertelstunde war eine absolute Katastrophe. Das war ein richtig schwaches Spiel. Resultat und Leistung können sie nicht glücklich sein, oder? War eine schwache Leistung und ein beschämendes Resultat. Da erwartet viel Arbeit. Wie wirkt sich ein so enttäuschendes Ergebnis von Nun auf ihre Pläne aus? Es ist kein Grund zur Panik, oder um unsere Pläne komplett über den Haufen zu werfen. Aber es war halt einfach keine gute Leistung. So, Spina kommt nochmal zur Leihe. Die können aber die letzten Werte da auch genauer einschätzen. So, und dann werden wir das Spiel gegen Lugano jetzt noch mitnehmen. Ja, es ging Lugano. Und dann ist das... Ja, das wird für heute auch das letzte Spiel sein. Ja, Meshak, Elia, 10 bis 15 Millionen. Den können wir uns einfach nicht leisten. Selbst wenn wir es wollten, da haben wir nicht die finanziellen Mittel für. Okay. Gabriel bleibt für zwei Spiele gesperrt. Schade. Ich hätte ihn gerne für Lugano wieder gehabt. Damit wir nochmal eine Option für die Außenverteidiger haben. Johann hat nicht gut gespielt, gut trainiert. Keiner hat es verdient, gelobt zu werden fürs Training. So, und das nächste Spiel ist dann gegen Sion Pokal. Das wird dann morgen das erste Spiel. Oh, Beruhig kriegt einen Intensivsprachkurs für Deutsch. Okay, die beiden zähle ich mal nicht mehr. Die haben eins, zwei, drei, vier. Wir haben fünf Spieler, die verletzt sind. Und einen, der gesperrt ist. Und das sind alle Spieler, die regelmäßig spielen. Die alle ihre Spielzeit auch in großem Maße bekommen. Und dann fehlen die. Ähm, ja. Ich kann an der Aufstellung nicht viel ändern. Ich könnte Stillhard bringen für Görtler. Babic für Adamo, das machen wir mal. So, dann gehen wir jetzt ins letzte Spiel des Tages. Hoffen wir mal, dass wir das auf einem Hoch beenden können. Ich erwarte heute ein besseres, ein wesentlich besseres Spiel. Konzentrierte Abwehrleistung, dass er Mittelfeldsheft in der Hand nimmt. Und Effizienz vorm Tor. Die sind jetzt auf dem Fünften in der Formtabelle. Sind trotzdem Neunter. Hoffentlich können wir ihn dann einfach verpassen. Die Berteilung ist A und O. So, und jetzt bitte, bitte, bitte. Spielt besser als gegen Sion. Schon mal gut abgewehrt, Muhheim. Riesa bringt den Freistoß rein. Genau auf Baumann. Ah, Rona. Kommt nicht dazwischen, aber Ziege wehrt den ab. Rona mit dem Einwurf, der nicht ankommt. Nu auf Quintilla. Raus auf Ruiz, Muhheim. Ruiz wieder. Klar, raus auf Ruiz, äh, Muhheim, der richtig viel Platz hat. Görtler kommt zweimal zum Abschluss ohne Erfolg. Und der Einwurf, den Muhheim ausführen wird. So, Gilmino. Görtler. Arisa. Rona. Arisa mit dem 1-0. So muss es weitergehen. So muss es weitergehen. Rona. Der Junge darf echt keine Einwürfe machen. Rona, auf Quintilla. Auf Görtler. Gilmino. Ruiz. Ach, Babic. Hätte nicht sein müssen. Ach. Muhheim auf Görtler. Auf Muhheim. Der bringt... Das dürfte ein Elfmeter sein. Das dürfte Ruiz sein nächstes Tor machen. Äh. Wir haben heute echt viele Elfmeter bekommen. Das muss man ja mal sagen. Entscheidung 11 war gegeben. Ach, Quintilla macht's. Okay. Okay. Und 2-0. So, und jetzt... Nicht aufhören zu spielen, sondern macht weiter. Legt noch ein drittes und viertes nach. Damit da gar nicht erst Zweifel aufkommen, dass wir das nicht gewinnen. Lass den gar nicht erst Selbstvertrauen tanken, dass wir da vielleicht nochmal was holen können. Einfach direkt komplett zerstören. Rieser, Babic. Legt rein auf Ruiz. Ah, bauen wir noch dran. Rieser mit der Ecke. Babic kommt leider nicht ran. Nein. Nein. Rona. 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 Also, ja, die Abwehr von Zigi war unglücklich. Aber Rona, ey. Junge, Junge, Junge. Zigi wehrt nun wieder ab. Ey. Vielleicht sollten wir doch gucken, dass wir noch einen Rechtsverteidiger fürs nächste Jahr kriegen. Auch Rona ist halt nur Option 3. Das ist halt auch nicht das Wahre. Bei den Verletzungsschwierigkeiten jetzt... ...sollten wir vielleicht doch ein, zwei mehr... ...einen zumindest mehr haben. Der gut ist. Halbzeit. Ich bin unzufrieden mit der Leistung. So, Rona. Mit... ...warum? Göttler, Quintilla, Riesa, Quintilla. Raus auf Muhheim. Der hat Platz. Lauf doch. Jetzt hat Rona den Platz, um ihn reinzubringen. Jetzt gibt's den Konter. Ah, Göttler holt den. Gülmenor auf Babic. Der bringt eine rein. Ruiz versucht's, aber Baumann hält. ... ... ... ... ... ... Der bringt eine Reihe nach Riesa 3-1 Da war viel Glück dabei Dass der Ball einfach so durchgekommen ist Keschkes war mit der Fußspitze dran Aber Da hätte noch Mindestens einer mehr dran sein müssen Haben wir Glück gehabt So 60. Wir können mal wechseln Wir bringen Johann für Babic Und wir bringen Buber für Ruiz Und bringen Arisa auf die linke Seite Buheim mit dem Einwurf auf Gilmino Göttler Probiert's Baumannwert ab So Rona nehmen wir runter Er heißt Er hat halt Lethar Auf der Außenverteidiger Position aushelfen müssen Oh Oh Warum ist Auf Göttler Wieder auf Göttler Wieder auf Buba Auf Lethar Quintilla Der Platz Bringt einen rein auf Johann Aber der bringt den Ball nicht unter Quintilla Quintilla Raus auf Arisa Mitten auf Göttler Risa Göttler Da gab's noch mal ein, zwei Abschlüsse Ohne Erfolg Und Fast Lee hat wieder den Platz So Dann machen wir jetzt noch die letzten beiden Wechsel Wir nehmen Quintilla runter für Stillhard Wir nehmen Göttler runter für Finzon Finzon ist zwar noch nicht wieder fit Aber Da muss er jetzt durch Muss er ein bisschen auf die Zähne beißen Für die 10 Minuten wird's reichen Risa mit der Ecke Buba Komm schon Bring den Ball rein Risa Bringt ihn leider nicht im Net-Tor unter Fuckin nett, die haben den Ball Gilmenot wehrt dem ab Buba Johann Wird abgegrätscht Shiri, das war doch kein Elfer So sehr ich ne gerne hätte Damit die Arisa seinen Head-Trick machen kann Aber Das ist kein Elfer Niemals Er gibt ihn Und Arisa vergibt den Gut, da kann man ja sagen Das Geschenk wurde nicht angenommen Aber Ach Stillhard Verliert den Ball Letar holt ihn wieder Buba auf Finzon Stillhard raus auf Letar Stillhard auf Buba Stillhardt Verrieser Finzon Risa wieder Und Ecke Ne Freistoß Weil abseits Nu Auf Stillhardt Und Schlusspfiff 3-1 Gewonnen War nochmal ein guter Abschluss War ein schöner Sieg So Pressekonferenz Nehmen wir noch eben mit Eindrücken Eine Serie gegen Lugano auszubauen Was denken sie über die besondere Serie? Achten nur Fans und Presseleute drauf Wiener wurde jetzt nochmal Des Tages gekürt War eine brillante Vorstellung Welche psychologische Kriegsführung Ich hab nix zu dem Trainer gesagt Was sind die Ideen hinter ihrer Taktik? Passt zu meiner Sicht auf den Fußball So Dann Würde ich mal sagen Für heute war's das mit dem Stream Morgen Ungefähr 15.30 Uhr Wird's weitergehen Da Ja Werden wir da mit dem Pokal anfangen Februar durch Vielleicht im März noch durch Ja Im Großen und Ganzen war's Denke ich ein erfolgreicher Stream Die Niederlage gegen Seor Hätten wir uns sparen können Ja Dann Gucken wir mal Wen wir denn jetzt noch so raiden können Ja Dann Würde ich sagen Ich schicke euch mal zu Sorsigno Der ist gerade mit Wattenscheid dran In der Karriere Könnt ihr den noch ein bisschen unterstützen Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend Macht's gut Und Ciao Und der Raid ist fehlgeschlagen Klasse Probieren wir's noch mal Sonst Nehmen wir wen anders Versuch Nummer 2 Okay Dann schicken wir euch Zu Huracan 36 Der ist gerade beim BVB Sehe ich gerade So Dann wünsche ich euch da viel Spaß So Ja und dann Schönen Abend noch Bis denn Ciao Bis denn